Während des Krieges zur Befreiung der Erde erkannte Batman, dass Luthor sein immenses Vermögen Bruce Wayne vermacht hatte. Jetzt besaß er die Mittel, Gotham und Metropolis neu zu errichten. Die Bewohner der Stadt wurden durch die Taten des Helden so inspiriert, dass sie sich den Slogan Wir sind Batman aneigneten. Unermüdlich halfen sie beim Wiederaufbau ihrer Stadt und der Verbrechensbekämpfung. Der alte Batman hätte versucht all das allein anzugehen. Der Batman nach der eine Erde Ära wurde für sein Vertrauen in andere belohnt und konnte die Erneuerung seiner Stadt und seine Rolle als Wohltäter genießen.